Moin Mädels und willkommen zu diesem einzigartig speziellen Gameplay. Bitte verzeiht mir jetzt kurz meine schnelle Art und Weise zu reden. Um diesen Gameplay 3 Teil dazu verstehen, muss ich euch nämlich erstmal den ganzen Kontext erklären, damit ihr auch richtig mitfiebern könnt. Wobei die meisten von euch wahrscheinlich sowieso gerade mit ihrem Handy auf dem Klo sitzen und das mit ihr mitfiebern eher so semi geil funktionieren würde. Aber keine Sorge, mit meinem kleinen Startmonolog werdet ihr in den kommenden zwei Teilen verschont, da ich euch jetzt alles wichtig erzählen werde. Vorweg, ihr hört gerade meine und nicht Julians Stimme, da Julian dieses Mal einfach gar nicht mit dabei war. Stattdessen filmen heute Paul und der Scheißkameramann. Ist schon irgendwie ironisch, dass gerade ich meine GoPro falsch ausgerichtet habe. Aber jetzt, warum dieses Gameplay so speziell ist. Und zwar wegen des Spielmodis und unseres Teams. Wir spielen heute nämlich das Bombenspiel mit drei Teams. Dies ist ein Spielmodus, der nur für eine kleine Anzahl von Spielern ausgelegt ist und vor allem für ununterbrochene Action und permanente Abwechslung sorgen soll. Wie er das machen soll, ist recht einfach. Es gibt drei Spawns und drei Ablegepunkte. Jedes Team hat einen fest zugewiesenen Spawn- und Ablegepunkt. Der Ablegepunkt ist dabei auf der vom Spawn aus gesehen gegenüberliegenden Spielfeldseite. Die oberste Priorität eines jeden Teams ist es, sich die Bombe zu holen, am jeweils zugewiesenen Bombenpunkt zu platzieren, 10 Minuten zu verteidigen und vor Detonation aus dem Sprengradius zu entkommen. Zu Spielbeginn steht die Bombe in der Mitte des Spielfeldes, gleich weit von allen drei Spawns entfernt. Sobald sich ein Team die Bombe aus der Mitte schnappen und legen konnte, müssen die anderen beiden Teams versuchen, die Bombe durch Entschärften wieder für sich zu erobern. Für diese Phase des Spiels können sich die beiden angreifenden Teams verbünden, um gemeinsam die Bombenleger in die Zange zu nehmen. Das Bombenleger-Team müsste die Position also für ganze 10 Minuten gegen die doppelte Anzahl an Spielern verteidigen, um zu gewinnen. Falls sich übrigens ein Verteidiger nach 10 Minuten während der Detonation noch im Sprengradius befindet, ist dieser Hit. Die Detonation gilt als fehlgeschlagen und eines der Angreifer-Teams kann sich die Bombe schnappen. Und aufgrund der gerade nicht sehr präzise ablesbaren Eieruhr in der Bombe sollte man als Verteidiger, wenn man nicht für eine Fehldetionation sorgen will, recht früh die zu verteidigende Zone verlassen, was wiederum dafür sorgt, dass die Stellung deutlich besser für Gegner zu überrennen ist. Wie ihr seht, gibt es also recht viele Faktoren, die eine erfolgreiche Detonation nach 10 Minuten einigermaßen schwierig gestalten. Im Normalfall kann so eine Runde dann gut und gerne anderthalb Stunden dauern und es fehlt erst dann eine Entscheidung, wenn die Spieler einfach zu erschöpft sind, um die Bombenverteidigungsstellung noch permanent unter Druck zu setzen. Wie schon gesagt, dieser Spielmodus sorgt für ordentlich Action und Abwechslung, zumindest sollte er das. Jetzt komme ich nämlich zum zweiten Punkt, unser spezielles Team. Warum ist es so speziell? Ich versuche es mal so zu beschreiben. Normalerweise werden die Teams von den erfahrenen Orgas so eingeteilt, dass die Dynamik eines jeden Teams identisch zueinander ist. Das heißt, jedes Team soll eine ausgeglichene Menge an erfahrenen, unerfahrenen, aggressiven und defensiven Spielern haben. Nun, im Normalfall werden Paul, Basti und ich getrennt. Warum das so ist, überlasse ich jetzt einfach mal eurer Fantasie. Naja, Dinge sind passiert und wir sind nach Jahren des Gegeneinanderspielens endlich im selben Team gelandet. Aber das hieße ja soweit nichts, bis uns dann Selina zugeteilt wurde. Und wer noch nie hier gespielt hat, kann es natürlich nicht wissen. Aber wer Selina im Team hat, der hat quasi schon nach dem Enttönen der Stachtruppe das Spiel gewonnen. Der hat uns auch die Orga angewiesen, unsere Spielweise so zu gestalten, dass es für alle anderen ein ausgeglichenes Spielerlebnis wird. Ich zumindest lasse euch jetzt mit dem Spawngeplänkel eines irgendwie recht siegessicheren Teams und dem darauf folgenden Spiel alleine. Viel Spaß. Ich hätte einen Vorschlag unter Berücksichtigung von Nikos Sache. Ich gehe unten in den Durchbruch, Deckel nach oben. Drei Tage später. Und wenn das alles treibungslos funktionieren soll, wenn wir die Bombe geplantet haben und die es uns nicht schaffen, da rauszuholen, dann können wir nach fünf Minuten mal vielleicht ein bisschen lockern und uns rausschießen lassen. Ihr seid ja kleine Teams, also... Und was? Können uns raus... Was? Also, ansonsten wird es wirklich ein Elfminuten-Game. Also, wenn wir jetzt warten würden, sag ich mal, wenn wir den anderen beiden Teams so, ich sag mal, eine halbe Minute Vorsprung geben, dass wir uns nicht sofort die Bombe schnappen, sondern die sich die Bombe schnappen und dann denen das abjagen, das wäre okay. Okay, aber wenn wir die Bombe schon platziert haben, dann uns einfach rausschießen lassen? Das ist ja nicht ein bisschen traurig, dass wir uns da gewöhnt haben. Wir können uns ja auch den Spaß erlauben, eigentlich mal mit der Bombe, wenn wir sie dann haben, einfach eine Runde durchs ganze Gelände zu drehen. Das Ganze wirkt ja gerade sehr arrogant. Was macht ihr denn, wenn die zwei Teams sich verbünden und euch echt wegbumpen? Ja, aber dann nur, weil die doppelt so viel sind. Ja, genau. Und was ist, wenn wir sie sich verbünden und wir sie wegficken mit Bombe? Ihr könnt ja immer noch sagen, wir sind ja klariert, dass es Intentionen haben. Ach so, ihr müsst jetzt fertig werden. Und so starteten wir mit der Bombe in die Runde mit der Intention, sie zu legen und wenn nötig, die Positionen zu lockern, falls mäßig ausfallende Anstürme auf unsere Position erfolglos verlaufen sollten. Kratze. Hannes, komm, pushen. Los. Kreuze. Held, Waffentrepper. Held, Held. Held, 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 Held Und so begannen wir auf eine rechts rückhaltende Art und Weise, die Bombe zu verteidigen. Alles? Jo! Drei? T-Stück ja! Okay, komm! Hey! Okay, du Schatz, da ist einer. Spelina, hast du Kessel drauf? Spelina! Ist einer in der Dusche noch? Ja! Wo ist Hannes? Hannes ist ein T-Stück. Hannes, mach mal! Jo! Hit! Sedmin! Sedmin! Okay, deck du. Nein, linke, kluck links drüber. Hit! 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 Robert, Lukas, sei denn da! Nein, bin da. Ah, geht! Hit! 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 Bei den Duschen steht Dreckaner. Hannes hält die Position aber noch. Halt! 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 Dann bin ich rausgek intriggen! Sollte man dann unglücklicherweise von einer Granate getroffen werden, ist es immer gut, einen Paul im Team zu haben. Das ist alles. Los, vor. Hit! 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 Oh, fuck, Alter! Ich bin raus, raus, raus! Hit! 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 Dead man! And Selena saves the day. Hit! Dead man! Lass dich schnell hinten rumgehen. Einer in den Toiletten. Hab ich! Hit! 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 Fuck! Wollang am besten? Du weißt Bescheid. Ja, komm! Ja, komm! Wir kommen jetzt aus dem Becken! Häh! 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 Ich bin auf der Sache, dass die Gegner dann sehr frequentiert Angriffen, tatsächlich die Bombe auch schon mal entschärft hatten und mit Hinterlaufen angefangen haben. Entschieden wir uns dann dazu von hinten aufzuräumen mit der Intention, den Bombenplatz dann doch zu halten. Wir gehen hier schnell durch den Keller und Baseball hoch. An denen vorbei. Ja, aber dann müsst ihr uns kurz durchlassen. Wenn wir in den Toiletten sind, könnt ihr sofort wieder kommen. Machen wir das. Durch. Ja! Ja, wir kommen aus den Toiletten. Los! Geht in die Nische, geht in die Nische. Türrahmen. Hannes, bist du noch im Sprengradius? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin noch hinter der Linie. Die Linie müsste bis zur Tür sein, oder? Dann müssen wir jetzt raus. So, Hannes, raus hier. Hannes. Basti, raus hier. Hannes, raus. 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 Ja. 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 Das war's. mit Teil 1 von 3 von dieser Special Bombenrunde. Wie gesagt, war etwas spezieller. In den nächsten Runden kommt definitiv noch mehr Action zustande. Also bleibt dran. Die nächsten zwei Runden werden in Kürze online kommen. Und das war bei uns. Videos in Kürze. Ha. Mal was Neues. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Video. kind man are. Georgien �ktionat sand prayer in Kürze hospitalata. Keine D podcasts. Irg Сois knock rum. In den nächsten Video. Sauber zum Cairnure bIM. Depois du bald da, bis hin und bis hin auf. Yes Scotland. Inペier. Dingammes. In der Lens �ine. Vielen Dank.